Servus miteinander, ich bin Michael Latte von Holzbonatte für Schneepfels und Regen 2 Volt. Ich bin gerade im Händspurt bei uns am Morgen ein Haus dran. Wir sind auch hier am Teflen. Kommt mit, kommt schauen. Michael hat alle schon klare Vorstellungen für unser Haus gehabt. Ich habe mich dann auch gut inbringen können. Wir haben dann schlussendlich gesehen, dass wir die Außenwände aus Holz machen und zwar aus Weißtanne. Die Innenwände haben wir dann schlussendlich aus Kalkpust gemacht. Mir war immer wichtig, dass wir eine große Koche und eine große Terrasse haben. Und so haben wir dann zusammen unser Haus gestaltet. In den letzten 25 Jahren als Zemrall haben wir viele interessante Projekte für meine Kunden realisieren können. Da haben wir viele Inspirationen und Ideen für unser August gemeinsames Haus holen können. Wir wohnen jetzt schon ein paar Monate. Und ein paar Sachen haben sich gut bewährt. Wie zum Beispiel das Holz im Winter, die Terrasse im Sommer. Aber dennoch kommt die Arbeit nicht aus. Wir müssen die Schindelfassade fertig machen. Und in der Innenwände haben wir noch ein paar Teuflauberflächen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.